oder ich kann es nicht sagen ich würde mich da jetzt auch nicht festlegen nein nein doch verdammt ja ich habe Angst dass es irgendwie vollkommen daneben hey wo ist denn das Zeug hier hin dann halt noch ein Stück weiter so aber jetzt müsste ich auch neunt jetzt krieg ich immer noch ein geld für den handel ja es ist noch kein tag acht scheiß was habe ich denn dafür müll fabriziert auch das darf doch nicht wahr sein so bin ich dafür bereit ich nehme ich nehme erst mal ach scheiß ein abwasser ein tor nicht schon wieder so damit war das ganz schnell gelöst haben dieses problem weg damit das ist sonst wenn die ganzen leute wieder krank und bla bla ja das finde ich ganz gut gelöst hohe baum rein anu wo sind sie da und was haben wir denn da wieso ist es ja da warum geht das denn jetzt schon wieder in keller sind jetzt genug jobs da oder was wollte weil sie mehr wohngebiet ja habe ich doch gerade gemacht also nein doch nicht das auch noch ach doof da kommen doch jetzt die ganzen leute seid doch zufrieden meine herren 897 obwohl jetzt haben wir es geschafft jetzt sind wir gut noch kann man sagen wir sind einfach gut die luftverschmutzung kommt doch gott nein die wird uns alle töten so hier drüben noch mal scheiße nein scheiße jetzt kann ich jetzt das teil erstmal räumen da bin ich doch mal spendabel und gebe hier ein doppelgebiet nein äh was haben wir denn hier Skulptur Minigarten aber der ist einfach schon schäbig so ähm dann kann alter was ist das was soll das denn wieso kann ich denn hier nicht dran bauen das ist doch nicht wahr meine Herren von EA ist das euer ernst wieso kann ich denn da nicht bauen es wird da wieder auf der straße gebaut das ist doch nicht euer ernst meine Herren ja und weg damit und weg damit dann wird da halt nochmal neu gebaut jawohl und sorry Leute dass ich das hier auch abreißen muss aber äh jo ne das ist nicht wahr oh scheiße das sieht doch jetzt aus wie hingekackt und sowieso das sieht doch einfach nur Müll aus aha jo 827 dann sollte das für diese straße auch noch reichen okay dann weisen wir doch gleich mal vielleicht hier noch ein bisschen was aus ja hier läuft sogar richtig gut kein verlassenes gebäude das war ein perfekter traumstadt für unsere stadt mhm ja hier hinten wird auch noch kräftig gebaut muss ich feststellen ah ein paar Supermärkte ja da 99% Zinsen boah Junge ihr wollt sich gerade in Ruinen treiben oder was wollt ihr unsere Stadt braucht mehr Touristen haben wir eigentlich eine Bahnhofseinbindung also eine Zuganbindung ja äh okay das finde ich ganz gut ne hier läuft es einfach nicht weiter hier ist Endstation oder der Zug fährt einfach auf der Wiese weiter oh was habt ihr denn es ist schwer hier gute Manager zu finden ja was wollt ihr denn weiß ich nicht mehr wohnen quittet noch mehr ganz ehrlich okay wenn ihr meint ähm ich wollte ja eigentlich so einen Krankenhausnehmer das kostet 20.000 und da oh ne oh ne hängt das ne ah wahrscheinlich hat es eine neue Aufnahme gestartet und von daher na da gibt es immer so ein bisschen Ruckel 7.000 ja ich weiß nicht ob ich jetzt Krankenhaus ja jetzt brauchen wir wieder keine Krankenhaus was soll das denn äh ich denke mal erst eine Schule oder erst ein Krankenhaus ich ja Schule aber wisst ihr was das Dumme ist wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Grundschule wollen würde und hier jetzt eine Hochschule dann würden die Leute die hier wohnen nicht in die Hochschule gehen sondern alle in die Grundschule und genau so ist das hier die Leute also die Leute die Simms gehen immer zu der nächsten Schule das ist doch ein bisschen bescheuert oder aber naja da kann man nichts dran ändern ach ich bin mal heute spendabel es können noch mehr Leute kommen nee nee der ist auch doof ach der ist doch echt nice aber der ist so groß na hier hin ah ja ich glaube dann doch erst ein Krankenhaus oder Junge hier kommen wieder diese richtig hübschen Willen 176 Einwohner so kann man schon was tun mit oh ja erst mal auch nachts in 43 mal lass die Leute die Zeit wirklich einziehen äh boah ist deren Sache also ich will mich da jetzt nicht mal reinhängen hier was haben wir denn hier hier haben wir noch Häuser hier waren die Schirmgeschäfte ne was haben wir denn hier mal gut wo macht das ist ja mal gut die Spezialladen boah hier gibt es spezielle Sachen versteht er die sind richtig speziell oh ein Brautkleider wahrscheinlich ne schick der Laden heißt einfach nur schick ja aha aha oh 17.000 juhu eine nee warte ich wollte ja erst ein Krankenhaus bauen das ist so viel na 18.000 und jetzt noch einen Schub dann können wir unser wohlverdientes Krankenhaus bauen das setze ich ja platziere ich wo platziere ich das denn mal hin ich würde nur sagen so hier hin dann erreicht das schnell die ganzen oder hier ne warte mal Krankenhaus 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 gleich hier hin hm ne dann kann man da nicht anbauen hier ja ja da kann man sogar auch noch anbauen aber das kostet natürlich ein bisschen ja 400 also das ist ein bisschen übertrieben aber sonst geht's ja eigentlich die Schule wie viel kostet die denn in der Stunde ja auch 400 ja ein bisschen mehr Wohngebiete ausweisen könnten weil dann oh Telefon Entschuldigung Entschuldigung Das ist großartig ist großartig